Der Hund gilt als treuesten Begleiter des Menschen und ich ist fast überall mit dabei. Ausser bei den meisten beim Arbeiten. Wir sagen, was es braucht, damit man den Hund mit ins Büro nehmen kann und was man beachten muss. Denn schliesslich kann so ein Vierbeiner auch eine Motivation sein und einfach frischen Wind in so ein Büro bringen. Vierbeiner auf dem Büroboden – nicht überall ist das möglich. Dass man den treuen Begleiter immer dabei haben will, ist eigentlich logisch. Aber wenn man den Hund mitnehmen will, muss man das zuerst mit dem Arbeitgeber abklären. Es gibt aber ein paar Dinge zu beachten, wie Bianca Körner von Stiftung Tier im Recht erklärt. Als Arbeitnehmer hat man keinen Anspruch darauf, sein Tier mitzunehmen. Man muss um Erlaubnis fragen und der Arbeitgeber darf also nach seinem Ermessen entscheiden. Das ist sicher mal das Wichtigste vorab. Dann muss man schauen, ob das eigene Tier überhaupt geeignet ist. Man muss das sicher einmal ausprobieren und langsam angehen. Und dann ist es auch sehr wichtig, dass man das Tier als Team integriert und das Team vorab informiert. Und allenfalls nachfragt, ob Allergien bestünden oder Ängste. Und das dann auch ernst nimmt. Am besten lässt man sich das Erlaubnis, den Hund ins Büro zu nehmen, schriftlich bestätigen. So ist man auf der sicheren Seite und hat etwas in der Hand, wenn sich die Situation beim Arbeitgeber mal ändern würde. Wenn er einmal zu lässt, dann braucht er schon driftige Gründe, um das wieder zu rufen. Ein driftiger Grund wäre es, wenn jemand ein neues kommt und eine Allergien hätte. Aber da müsste man schauen, je nachdem, wie lange man das schon erlaubt hat, dass es schon ein gewisses Gewicht hat. Genau, da müsste man wirklich einen driftigen Grund haben. Oder allenfalls auch, dass das Tier für Störung oder Unruhe im Betrieb gesorgt hat. Das wäre auch ein driftiger Grund. Da müsste man auch zuerst einmal verwarnen und schauen, ob man da Vorkehrungen treffen könnte. Wichtig ist auch, dass man eben für solchen Fall oder wenn der Vierbeiner mal krank werden soll, einen Plan B hat, dass man den Hund an einem anderen Ort unterbringen kann. Bianca Köhner nimmt ihre Hündin Gokko jeweils mit, um zu arbeiten. Die elfjährige Hundedame ist zum Büromaskotten avanciert und sorgt für zusätzliche Motivation. Es hat schon einen immensen Impact auf das Arbeitsleben bei uns, aber ein sehr positiver. Es hat übrigens stressmindernde Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Das sagen jetzt alle Kollegen rundherum, auch die angrenzenden Büros. Auch die sind sehr, sehr happy, dass wir die Hunde hier haben. Und es sorgt für Abwechslung, es sorgt für eine gute Stimmung. Und ich würde es jedem Arbeitgeber empfehlen, wenn die Möglichkeiten gegeben sind, es dem Arbeitnehmer zu erlauben, das Tier mitzunehmen. Es hat wirklich positive Auswirkungen auf den gesamten Arbeitsalltag. Natürlich muss man sich daneben trotzdem noch Zeit nehmen für den Hund und in die Pause mit ihm spazieren. Vierbeiner im Büro dürfte jedenfalls für jeden tierlieben Mitarbeiter ein Highlight sein.